Willkommen zurück und es explodieren hier Sachen, weil er verdammt. Zwei. Wir werden bombardiert. Geh weg. Ich mach euch alle kaputt. Kaputt mach ich euch. Ich hab Angst, falls du auf einen guten Molotowbruch geh wirft. Ich hab ok, na. Ich werfe die nicht auf meine Team-Mates. Nur wenn die auf mich werfen, werfe ich sie zurück. Okay. Aber ansonsten nicht. Damit bin ich einfach dran. Das ist schön. Oh, ein Boomer. Ich schieb mir mal die nicht vorher durch. Das ist mir wirklich krass. Du musst einfach mal hin und herjumpfen, dann wischen die Schüsse. Schon aber nicht so gut. Aua. Ich komme. Gibt's hier was schönes? In den Häusern? Leider nicht. Leider nein. Police on duty. Keine Bomben. Warte. Schöne witscherisch. Die ist hier oben. Die ist hier drin. Pisch wahrscheinlich. Da ist ein Pisch. Wahrscheinlich. Geh weg. Geh weg. Scheiße. Fast hätt ich's. Denkisch. Alles ok, ich helf dir wieder hoch. Denkisch. Denkisch. War schon geheilt. Was? Was? Oh yeah. Blue Barts. Oh, spit on me. Geh nicht zu weit vor. Fast mal eine Runde Pool. Ja ok. Aber erstmal die Scheiß. Papagazis. Dann muss hier los werden. So. Wäre voll geil wenn's so ne Kugel gibt und die du so hin und her schließen kannst. Jo. Mit nem Nahkampf. Wäre voll lustig. Oh oh. Man, noch kurz geheilt. Oh ja. Ja. So. Wo muss man überhaupt hin? Muss man da rein? Weil da liegt was. Da will ich nicht rein. Oh. Wann doch. Ja. Ah hier geht's lang. Oder? Ja. Bin gut. Bin einfach nur gut. Was? Essen das Blime. Raus aus dem Blime. Mal schon mal warten. Wir hatten schon wieder das Feuer entfacht. Ich glaube Rochelle. Was? Ja ja. Na klar. Burn motherfucker. Belegt noch ne Heimbom. Einmal bitte raus. Einmal bitte raus. Eier Anno. Ich nehm die Tabelle. Ich nehm die Tabelle. Einmal raus. Ja. Granatwerfer. 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 Oh weißt du was ich mit nem Granatwerfer machen kann. Ääh. Zombies töten? Granatwerfer. Aaaaah. Hätte jemand seine Tage einbaden. Oh yeah. Du hattest es zerlegt. Wiii. Ja. Seidig. Was? Zwei mal nur raus. Die brauchen wir jetzt aber. Schafft ihr doch. Kannste jetzt. Ja die kannst du jetzt nehmen. Nein. Auf mich werfen. Ja. Ich geh jetzt da runter. Aktivier das. Und schon. Merke ich wie da die Plattform in Luft wird. Ne ne. Schön ist es mit dir. Lass den Scheiß. Junge hör mit dem Scheiß auf. Geisch Bonnie. Komm mal rein. Oh mein Gott da ja bei der Längern hafte ich dir. Da unten ist ein Pfeifbaum. Die muss ich jetzt angucken. Ruiiii. Nein. Schalte. Vorsicht. Ich brauch ohne Witzhafte. Ist jetzt kein Scherz. Ich glaub ich wäre ja echt nicht. Doch. Ich muss hier stehen fliegen. Schieß doch mal hier hin mit dem Kammeratwerfer. Ach doch. Ja, ne, auf mich. Und runter. Oh Gott. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter nachlaufen. Hast du gar nicht? Ich hab den politischen. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Schieß doch nicht auf mich. Gehen wir da rüber über die Brücke. Moment. Ich muss mich heilen. Geht weg. Ich hätte mir den Raketenwerfer schon nehmen müssen als ich ihn gesehen hab. Ich hab schon so irgendwas geeint. Junge, hör mir den Scheiß auf. Achtung. Ja, ja. Lass den Scheiß jetzt. Ja, ja. Gibt's ja dann noch irgendwas schönes? Dann wird es wieder schönes. Ja. Du 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 duaaa. Du 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 duu du 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 dua. Du 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 duu. Du 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 duu. Du 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 duu. Dulle du 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 duu duu. Du 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 du. THE DLS sind Zombies. Ich weiß noch. Oh ja. Space ist der Fernandose. Es geht um da hin zu uns. Debel muss maximus. De Medikates. Ich hab nur eins. Waffen, hier drüben! Waffen, Alter, schon Tank! Nö, ich noch. Naja, schon Boomer. Das ist eben Boomer, ich kann die alle nicht unterscheiden. Alter, was ist denn hier los? Bäm! Junge, hör mit dem Scheiß auf! Huh, das geht nicht. Ah? Ähm... Ja. Ja. Lass den Scheiß! Oh nein, mein Granatwerfer ist da nicht. Oh nein, wie tragisch! Wie tragisch ist das denn, Freunde? Dafür hab ich hier einen Molokos-Rotter gesucht. Oh. Wie schön. Ist da eine... ...cule Aufwechslung. Und hier ist ein Tank. Sehr gut, dass ich den Molokos geworfen hab. Der hat ganz selber angezündet. Ist doch geil, dass ich den Molokos geworfen hab. Jetzt kriegt der Tank niemals keinen Schaden. Licht auf mich! Komm schon, weg. Wo ist der Tank? Lebt er noch? Ja, da lebt noch. Du hast einen Molokos-Rotter. Du bist einfach so schlecht im Molokos-Werfen. Na und? Das brauchst du nicht. Weil ich die eigentlich nicht um meine... ...Leute werfe. Nee. Klar. Du schießt auf mich. Aufs Pillow schrappen. Ja, genau das tut's. Ich sag mir, es tut nicht mehr. Warum hast du davor noch auf eigene Leute geworfen? Ja, auf dich. Weil ich genau wusste, dass du den Molokos auf mich schwerfen wolltest. Ah, auf eigene Leute. Nee. Ja, ja. Als du es nicht gemacht, hätte ich es auch nicht gemacht. Nee, nee. So einfach ist das. So einfach ist die Samme. Du bist ja nicht zum Trollen hier, ne? Naja. Ich bin hier, um das Spiel zu spielen. Höchst du hoch? Ich schnissen wir heute die ganze Zeit Zombies mit meinem Kopf. Ja! Mann, Mann! Erbzeit hört mich. Gibt's irgendein Auto? Was man... Ja, Mann, bei dir Zombies sind. Dann musst du rein sein. Ein Kanadwerfer, den nutzt du doch nur, wenn du hochspielst, Zombies sind. Ja, du bist ein ... Und das hört an Fendung für den Ex output. Na, auf jeden Fall geht's schon. Main! Du bist da. Oh, yeah. Ja, Mann, mach doch! aber du musst dich schwer verraten. Außerdem ist es lustig, Robi. Nee, für mich nicht. Gehts gut. Nöööö. Ich lade nach. Nur für mich? Ja und? Das interessiert keiner. Ich bin dabei zu schwer. Schutzraum in der Brücke. Schutzraum in der Brücke. In der Brücke drin. So. Keine Zeit für den Scheiß. Rein da. Oh Scheiße! Oh Warte, ich krieg dich hin. Oh Scheiße. Oh ja. Ey. Geht doch rein mit euch! Wer der ganze Zeit eh zu gespammt. Was mit machen, guck. Muss ich erst nachhelfen? Oh, da klemm ich die Tür fest. Jo. Hast du gemacht? Ich wollte noch gucken, was oben ist. Da legen wir mich auch noch tausend Medikids. Nee, eigentlich schon. Nee, eigentlich schon. Ey, wir sind jetzt eh noch im Safe Room da noch. Also ist das ja kein Problem. Und dann würde ich sagen, ähm, äh, war's das schon wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann nach diesen Einbindung hier beim nächsten Mal. Oh yeah. Bestimmt jemand, oder? Auf jeden Fall. Wo schon das Video war. Weil ich habe mein eigenes Label und das hoffe ich natürlich nicht in diesem Ende. Oh Scheiße. Oh Scheiße. So, erstmal hier ausstatten. Hallo, hast du schon beendet? Nein. Halt, das hat keinen Sinn jetzt ja. Na beende mal, ich habe doch eh schon die Abgrundmoderation gemacht. Ja, dann beende ich jetzt hier. Und die Mollys, die da liegen ja, die werden jetzt nicht, weil wir brauchen unser Leben. Ja, wir brauchen es. Ja, das ist okay. Ja, also, wahrscheinlich wenn ich jetzt gleich raustappen werde, da wäre ich wahrscheinlich schon gleich einen abbekommen. Ich kann ihn ja nicht mal hier werfen. Ich versuche den Satz jetzt schon zu werfen. Ja, guck mal. ...